Es musizieren Karl-Heinz Zöller, Lothar Koch, Thomas Brandis, Siegbert Überscheher, Wolfgang Böttcher und Irmgard Lechner. Untertitelung. BR 2018 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 Und das war das Quintett für Flöte, Uboe, Violine, Bratsche und Continuo. Opus 11 Nummer 6 von Johann Christian Bach. Gespielt von Karl-Heinz Zöller, Lothar Koch, Thomas Brandis, Siegbert Überschehe, Wolfgang Böttcher und Irmgard Lechner.